Herzlich willkommen zu diesem Video, Teil 10 aus dem vierten Buch. Heute geht es um Mondphasen, das Mondjahr und dazu ein paar kleine Tabellen. Viel Spaß! Die Mondbewegung in einem Jahr. In diesem Abschnitt werden wir die Bewegung des Mondes über einen Zeitraum von einem Jahr hinweg untersuchen und dabei Schlussfolgerung darüber ziehen, wie sich die Mondphasen im Laufe eines lunaren Monats entwickeln. Ebenso werden wir die relative Position des Mondes und der Sonne in den verschiedenen Sternbildern betrachten. In den benachbarten Tabellen sehen wir, wie sich die Mondphasen in den Monaten September, Oktober und November 2022 entwickeln. Bei genauer Betrachtung fällt auf, dass sich bestimmte Phasen, wie zum Beispiel das erste Viertel von Monat zu Monat, an einem bestimmten Ort nur geringfügig unterscheiden. Im September beträgt das Erscheinen dieser Phase 46%, im Oktober für dieselbe Phase des ersten Viertels liegt das Erscheinen bei 54% und im November bei 51%. Mit Erscheinen ist sozusagen gemein, was vom Mond zu sehen ist. Jede Phase ist für einen lunarischen Tag nahezu gleich und ändert sich sichtbar, wenn sie die Phasenwechselzone durchläuft, wie wir bereits im Abschnitt über die lunarischen Tage erläutert haben. Die Phasen variieren von Monat zu Monat aufgrund der unterschiedlichen Breitengrade, die der Mond während jeder Phase durchläuft. Zusätzlich führt die Schwingung des Zentrums der komplexen Spiralbewegung, die um den magnetischen Nordpol im arktischen Kreis verläuft, dazu, dass der Mond in einer komplexen Oszillation in alle Richtungen spiralformig läuft, wobei es zur Abweichung von der Standardspiralbewegung kommt. Dadurch sehen wir fast die gleichen Mondphasen während eines lunarischen Tages, jedoch variieren sie von Monat zu Monat. Wir haben ja vorher gelernt, dass sich die Bahnen von Sonne und Mond spiralförmig bewegen, also eine Oszillation. Das hatten wir in den vorgehenden Büchern schon mal besprochen. Dadurch kommen diese Jahreszeiten und auch die verschiedenen Wärmezonen etc. zustande. Lunare Monate Wir beobachten und berechnen den lunaren Monat mit einer Dauer von 29,6 Tagen. In der unten stehenden lunaren Monatsübersicht für einen Zeitraum von etwas mehr als einem Jahr und zwei Monaten haben wir neben jedem Monat eine kleine Ikone, die die Phase des ersten Viertels aus statistischen Gründen kennzeichnet. Dies gibt uns Informationen darüber, wie voll das erste Viertel ist und in welchem Sternbild sich der Mond an diesem Tag befindet. Denken Sie daran, dass sich der Mond im ersten Viertel immer drei Sternbilder hinter der Sonne befindet. Wir sehen also, dass die gleichen Phasen für eine Weile von Monat zu Monat variieren, was, wie bereits erwähnt, damit zusammenhängt, wo sich das Zentrum der kreisförmigen Komponente der komplexen Spiralbewegung befindet, die der Mond macht. Dieses Zentrum bewegt sich daher und schwingt in jede Richtung innerhalb der Grenzen des arktischen Kreises bei jedem Neumond. Wir sehen auch, dass die gleiche Mondphase jeden Monat um ein Sternbild wandert. Am Ende eines Jahres ist die Schleife abgeschlossen und der Mond befindet sich wieder im gleichen Sternbild wie vor etwa einem Jahr und ist in derselben Phase. Das ist übrigens auch am Mechanismus von Antiquetera abzulesen. Da ist es auch ein Jahresrhythmus und zwar mit 29,6 Tagen berechnet und das ist genau die Zeit, die der Mond braucht, um eine komplette Kreisbewegung zu machen auf einer spiralförmischen Bahn. Dadurch gibt es während der Bewegung Änderungen, wie der Mond erscheint, aber nach einem Jahr ist er wieder auf dem Ausgangspunkt. Ja, auch hier danke ich euch wieder fürs Zuhören und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Video. Schaut mal in die Videobeschreibung, lasst ein Abo da, falls es noch nicht geschehen und Daumen nach oben. Das hilft, dass meine Videos ein bisschen größere Reichweite bekommen, weil ich finde, das sollte jeder mindestens einmal gehört haben. Und in der Videobeschreibung gibt es auch einen Link zu meinem Shop, da kann man mich und meinen Kanal unterstützen, wer das gerne möchte. Das ist natürlich kein Zwang, nur wer will. Dann wünsche ich euch alles Gute, bis bald.